Schaut einmal, diesen Bilderrahmen, den braucht man eigentlich gar nicht füllen. Der wirkt so als Deko schon total schön. Was auch noch eine Alternative wäre, man kann einen Spiegel einarbeiten. Das sieht auch bestimmt schön aus. Also ich finde ihn so gut, ihr könnt ihn in blau arbeiten, in schwarz-weiß arbeiten. Das bleibt eurer Fantasie überlassen. Und das kleine Streuschen dazu ist auch passend. Also, dann legt mal los. Heute gestalte ich einen Bilderrahmen. Dafür habe ich mir diesen gekauft. Der hat Außenmaße 25 x 20 cm. Die Innenmaße betragen 15 x 20 cm. Also der Rahmen ist ca. 3,2 cm breit. Diesen Bilderrahmen werde ich schwarz anstreichen und das Innenteil zunächst erstmal rausnehmen. So, zur Dekoration. Da schaut, was ihr alles im Haus habt. Ich habe alles mögliche an Perlen, die im Silber, Pink, Rosaton und im Schwarzton, die ich so bei mir gefunden habe. Dazu gehören auch diese Glitzersteinchen, die ich aufklebe. Diese habe ich leider nur noch im Blau. Die habe ich aber im Silberton schon verarbeitet. Äh, im Rosaton schon verarbeitet. Also hier habe ich meine schönen Blümchen, die ich immer benutze. Dann habe ich hier dunkle Perlen. Die habe ich in verschiedenen Größen benutzt. Dies sind Klebesteine. Dies sind so Glitzersteinchen, die man selber haften. Da kann ich diese auch zunehmen. Oder hier solche Glitzersteinchen gibt es. Perlen habe ich, wie gesagt, in unterschiedlichen Größen. In den Rosatönen, Rosa- und Pinktönen. Dann habe ich mal so eine Geschenkpackung gehabt. Da konnten die Kinder sich was rausbasteln. Da waren längliche Perlen drin. Rundliche, auch Spitze, die habe ich noch verarbeitet. Dann gibt es oft so Blümchen, die man kaufen kann in einer Packung in verschiedenen Farben. Da habe ich mir die Rosa- und Pinktöne rausgesucht. Dann habe ich hier Silberperlen. Dann habe ich Perlmuttperlen in verschiedenen Größen. Dann habe ich hier so Röschen. Die gibt es in weiß und in rosa und in so ein bisschen Orangeton zu kaufen. Da müsst ihr mal gucken, was ihr verwendet. Hier habe ich so kleine Blüten. Die gab es auch bei Teddy in verschiedenen Farben. Die hatte ich in blau, in gelb, in grün, gold und rot. Dann habe ich hier Spiegelsteinchen, die ihr benutzen könnt, wenn ihr die habt. Hier habe ich kleine silberne Blütenblätter, die ich noch benutzen kann. Also schaut mal, was ihr so habt. Filzblumen habe ich auch verarbeitet, kleine. Die zeige ich euch gleich. Die habe ich schon aufgeklebt. Die gibt es auch günstig in diesen Bastelgeschäften. Schaut mal, was ihr daheim habt. Jedes Werk ist jetzt natürlich dann ein Unikat. Natürlich benutze ich auch den Heißkleber und eine Schere. Was ich noch sagen wollte, dieses hier sind kleine Unterlegscheiben. Die habe ich auf Alufolie geklebt. Und dann diesen Raindrop, den gibt es auch in diesen Bastelgeschäften. Den gibt es in grün, in durchsichtig, in schwarz von innen reingesetzt. Solche Teile verwende ich oft so als Blüteninnenteil. Bei diesen kleinen Blüten kann man noch so eine Indianerperle einkleben, wer möchte. Ansonsten setzt man sie einfach mit dem Kleber so auf. Und bei diesen Granulatsteinen habe ich die kleinere Sorte genommen. Die hat so ungefähr Maße von 1,5 Zentimetern. Also nicht größer. Ich habe auch schon größere verarbeitet. Aber diese sind eigentlich ganz praktisch. Mit diesen kann man so die Lücken ganz gut füllen. Zunächst entferne ich das Innenteil. Was ihr dann nachher reinsetzt, ein Bild oder ein Foto oder ein Herzchen, das bleibt euch dann ganz überlassen. Das lege ich jetzt erstmal zur Seite. Und dann streiche ich den Rahmen. Also dieser ist blau. Ich finde, man könnte ihn auch so fast lassen. Aber ich streiche ihn nochmal in schwarz rundherum. Vor allen Dingen auch hier. Und die Seitenteile. Und dann lasse ich ihn trocknen. Ich habe noch Pompons gefunden und kleine Silberherzchen. Die kann man auch gut noch benutzen. Wie gesagt, da kann man gut auch noch die Lücken mitfüllen. So, jetzt zeige ich euch den Bilderrahmen. So sieht mein kompletter Rahmen aus. Als allererstes habe ich den Rand mit diesen Blümchen beklebt. Und dann bin ich hingegangen und habe zunächst mal so rosafarbene Röschen genommen und habe die so auf die Ecken verteilt. Dann habe ich bei den rosafarbenen Ecken diese kleinen Blütchen aufgeklebt, um hier die Ecke gut zu dekorieren mit einer kleinen Perle. Dann habe ich mir überlegt, hier kann ich noch, hier habe ich diese Filzblüten. Die gibt es in orange und in rosa. Die habe ich aufgeklebt in diesen Abständen und bei dem auch, bei der Seite. Dann habe ich hier unten nochmal Röschen hingeklebt und oben auch. Und dann bin ich angefangen, das Ganze kunterbunt zu gestalten. Alles, was ich so hatte. Ich hatte hier so mit Draht eine Perlenkette gemacht und habe einfach eine dicke Perle eingeklebt. Dann habe ich hier die größeren Perlen drauf gesetzt, die kleinen Herzchen habe ich da so reingesteckt und die Blüten. Und überall, seht ihr, hier ist diese Unterlegscheibe. Also es ist überall was, was ich so zu Hause hatte. Habe ich aufgeklebt und ich lasse das jetzt auch so. Genauso wie das jetzt so ist, kunterbunt. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist die Fäden abzusuchen. Ach, hier habe ich auch noch eine Spirale, so von einem Draht eingeklebt. Alles, was einem so in die Hände gerät, in diesen Farben, könnt ihr sammeln, zusammensuchen. Oder durch den Laden mal gehen und alles so in dem Blütenbereich und Perlenbereich in Silber, Weiß, Perlenmutt und Orange nachschauen. Und vielleicht kaufen. Zur Ergänzung wollte ich euch noch mal ein anderes Motiv zeigen, was ich ähnlich beklebt habe. Mit diesen Sachen, das stelle ich gleich mal dazu. Ich hole mir das mal eben ran. Kleinen Moment. So, dieses, dieser, diesen Kranz hier, den kennt ihr schon, den habe ich mal gemacht. Wenn ihr etwas zusammen dekorieren wollt, finde ich, passt der sehr gut dazu. Den habe ich schon mal in einem Video erklärt. Ich habe ihn hier mal kunterbunt, wie auch den Kranz, beklebt. Die Grundfläche ist 8,5 Zentimeter oder die, beziehungsweise der Durchmesser. Und dann habe ich hier auch rundherum überall das geklebt. Hier habe ich zum Beispiel diese Eiskristalle oder, ne, schön beklebt. Dann hier überall auch noch mal eine andere Blüte rein, mit so einem Blütchen drin. Also, wie gesagt, da ist Blatt eurer Fantasie. Da sind keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich finde es farblich sehr schön. Ihr könnt natürlich auch andere Oster- und Frühlingssachen basteln. Ich habe eine Riesenauswahl in meinen Playlists. Selbst Osterhasen erwarten euch dort. Macht euch eine schöne Bastelzeit. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Ja, wir sehen uns bald wieder. Bis dann.